Das hört sich gerade nicht nach einer weiteren Explosion an, sondern wie irgendetwas, was abstürzt. Da! Haa. Fast direkt Nordöst. Wo sind wir? Haben wir das nicht eingezeichnet? So, weil wir auf dem Boot sind. Ja, fast direkt da, wo wir waren, mit diesen komischen Bulbs, ist irgendwas irgendwie abgestürzt. Die Gegend war so schon ziemlich unbekannt. Wir sollten das lassen. Wir merken uns... Ja, wie merken wir uns das? Ich schreibe es auf. Und in der Kusch-Zone ist etwas abgestürzt. Hoffentlich nicht das Rettungsschiff. So, wir müssen theoretisch... Reingekommen sind wir von da irgendwo, ne? Können wir gleich direkt hier raus, weil ich will ganz gerne nach Hause. Also machen wir einen beherzten Sprung. Hier hin... ...materials from the Aurora undergoing atmospheric reentry may have unexpected applications and other blueprints may require those resources. Okay. Das ist wohl gerade das Absturzding gewesen, ne? Was sie jetzt kommentiert. Ja, also sind es Teile der Aurora, die noch eine Weile im Orbit waren und dann nachträglich jetzt runterkommen. Das ist gut zu wissen. Wir können jetzt hier auch... Nein. Okay, es wird noch ein wenig dauern, bis die Strahlung hier weggeht, aber... Eventuell können wir einen Ticken weiter weg von der Aurora jetzt auf das Strahlungszeug verzichten und entsprechend dann tiefer tauchen, weil wir den Re-Breather nutzen können. Oh, was bist du? Oh, Transmitter. Hm. New Re-Print acquired. Also um unsere WLAN-Energieversorgung weiterlaufen zu lassen. Haben wir Platz? Ja. Quas brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, wir sollten hier nochmal richtig durchgehen wegen sowas hier. Allgemein Fragmente checken. Was ist eine Höhle? Arme Backup-Tank noch voll? Ja. Ja, kurz auf dem Weg nach Hause stöbern. Wow. Was bist du denn? Ne, jetzt scannst du nur grad das Ding da. Den Seetang. Den Seetang. Ha. Kuriose Pflanze. Da hinten müssen wir hin. Und wir lassen das ganze Zeug wegsortieren. Poster aufhängen. Radio Nachrichten checken. Wir freuen, dass wir so ein netter Mensch sind, der hier die Pflanzen und Tiere schützt. Auch wenn besagte Tiere und Pflanzen uns manchmal töten wollen. Die komischen Spikes schießenden Pflanzen zum Beispiel. Aber hey, mit den Freunden wir uns auch noch an. Da synthetisieren wir irgendwelche Hormone oder so, dass die uns in Ruhe lassen. Oder wir bioengineeren unseren Körper um. Das klappt schon irgendwie. Äh, die Kameras könnten wir auch nochmal ausblenden bei Zeiten. Das ist ein wenig irreführend. Und die andere Kamera haben wir schon eingesagt, ja. Damit sie nicht da hinten in der Kuschzone zwischen irgendwelchen Elektroahlen und lila Bommeln vor sich hin vegetiert und irgendwann kaputt geht. Außerdem können wir sie so jetzt auch wieder noch ordentlich nutzen. Letztlich müssten wir eigentlich hier rausschmeißen, ne. Blub. Bye bye. Zuhause. So. Wir hätten gerne ein Poster aufgehangen. Von einem Prawn Suit. Überm Bett, natürlich. Dann Radio Nachricht. Das ist Lifepod 4. Wir landen nahe der Aurora. Das Flotation-Device ist aktiv, aber wir haben einen großen alten Fisch in der Wasser mit uns. Und ich weiß nicht, wie lange wir dauern. Wir sind nahe der Krasch-Site. Wir bringen Radiation-Protektion. 4 aus. Das ist bei dem... Ja, ne, den haben wir schon. Da haben wir dieses Ablenkungsding getroffen. Weggefunden. Das Blueprint dafür. Äh, das da. Schade. Aber da müsste noch was kommen. Wir hatten mehrere Nachrichten, dass was kommt, kommen. Das loopt jetzt wohl einmal rum und müssen wir schon warten. Ähm, Wasser. Ordentliches Wasser. Ganz viele leere Batterien. Guck mal in die Tech-Kiste. Tech, Tech, Tech. CMOS, den können wir nicht benutzen. Cyclops, den können wir nicht benutzen. Eine Large Sample Flask. Können wir auf den Tisch stellen. Können wir die positionieren? Ne, ne? Doch, können wir. Können Sie jetzt nicht? Perfekt. Ähm. Die Feuerlöschung können wir irgendwo einsortieren. Wir haben gar keinen Spind für Ausrüstung, ne? Also wollen wir mal ganz kurz einen Backup-Sauerstoff-Tank rein tun, weil wir mehr tragen wollen oder so. Baut den mal. Kannst du das noch hier draußen hin quetschen? Ja. Einen Ticken. Aber es geht. Und da können wir noch essen, trinken, überschüssige Madpacks und sowas alles reinpacken. Ja. Scan-Raum sagt, da sind sehr viele Limestone-Chunks. Oh, du hast das Ding. Mh. Bau ein neues Scanner-Room-Upgrade. Also der schnappt sich das wirklich aus allen Containern, die er finden kann. Sogar hier installierte Chips hat er verkraftet für das andere Ding. Was war das? Für die Kameras weitergucken, glaub ich, war das. Warte, heißt das nicht, dass wir das irgendwo oben einsortiert? Das hatten wir doch wieder abgebaut. Äh. Nein. 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 Die Spinte müssen alle sortiert werden. Alles ordentlich beschriften. Bio-Sachen nach unten. Hier hin. Apropos Sachen bauen. Was haben wir denn hier noch Neues? Wir haben noch den Command-Share. Das bringt uns nicht wirklich viel. Wir haben ein Floodlight für draußen. Das könnte besser beleuchten als diese komischen Sticks. Den Power-Transmitter. Extends the range of a power source. Ja. Wäre damit dann interessant. Aber ich denke, die da gehen ja auch. Müssen wir gucken, welches von beiden eher passt. Oh. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Karte sagt. Die Höhlen da, ne? Was haben wir sonst noch alles? Life-Pod 12. Höhle checken wegen Metall. Was? Achso, das war da hinten. Wir sollten erstmal, ja, die Vraxiale abklappern. Dann sollten wir den Mushroom Forest uns ordentlich angucken. bevor wir jetzt drei Gebiete überspringen, um da hinten was zu machen. Eigentlich sollten wir sogar mal hier den Cape Forest erst mal zu Ende machen. Was ist das da? Underwater Islands. Nee, 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 nee. Wir huschen jetzt. Ist das jetzt gerade Tag oder Nacht? Ist noch Tag. Wir huschen jetzt mit einer Backup-Batterie los und erforschen den Cape Forest. Also erstmal, damit wir eine ordentliche Karte davon haben. Aber wenn wir auch irgendwas schönes Höhlensystemmäßiges sehen, jetzt habe ich das Loch da, dann schauen wir uns das auch an. Das hier kennen wir jetzt ja inzwischen. Das führt runter zu dem Vulkan. Westen. Wir sollten auch noch Wracksausschau halten und gucken, was für Fragmente hier abgestürzt sind. Ich glaube, ein bisschen Salz können wir auch gebrauchen für neues Bleach. Damit wir nicht immer diese kleinen Fische da auspressen müssen. Weil aus dem Bleach, dass da drei Wasser rauskommen, ist sehr praktisch. Das heißt, wir müssten auch diese Gasopots dann regelmäßig farmen. Also ein bisschen erschrecken und dann mit der Propulsion Gun Oh, zum Geier bin ich gerade abgewogen. Okay. Mit der Propulsion Gun. Das sind einsacken. Ich denke, hier waren wir noch nicht. Gucken wir da kurz rein und dann weiter südlich. Ah, das ist ein offener, offenes Höhlensystem. Überall, wo es extra unangenehm ist, hinzugehen, muss was Interessantes sein. Nein, das ist einfach nur ein anderer Zugang. Vorsichtig, vorsichtig. Die Nesseln brennen doch ordentlich. Das muss nicht sein. Selbst durch den Anzug durch. Nö, scheint einfach nur eine offene Schlucht zu sein. Kein verwinkeltes Höhlensystem. So, Süden dann, ne? Oh, Süden. Das ist nicht Süden. Kompass spinnt viel zu häufig. Da muss es aber auch irgendein System hintergeben. Also irgendwelche größeren, metallenen Objekte in der Nähe oder irgendwas in der Hinsicht, dass das immer wieder rotieren lässt. Vielleicht auch irgendeine Kreatur, die das macht. Haben noch so viel zu lernen mit dem Planeten. Bist du der Zugang, den wir vorhin gesehen haben? Nein. Das sind sehr komische Geräusche. Nö, ist offen. Okay. Ja, hier. Kale Forest ist super für Sandstone. Also Blei, Gold und Silber. Da sollten wir... Oh, ein Wracks. Tank der Jungs hier. Das sollten wir den Scanner auf jeden Fall mal drauf einstellen. Bei Zeiten. Das sieht jedoch gut aus. Also scheint gleich zu Ende zu sein, aber dann haben wir das schon mal alles auf unserer PDA-Karte notiert. Sieht buschiger aus. Das ist ja. Super offenes Gelände hier. Ähm... Ja, dann gehen wir gleich mal nach Süden weiter und folgen dem Cape Forest und da runter. Da muss was Besonderes sein. Ja, einmal kurz auftauchen. Klingt nicht schlecht. Oh, Kiste. Vor allem Kiste im Piranha-Gebiet. Ja, haben wir wohl schon. So... Irgendwo müssen hier sehr tiefe Zugänge sein. Die hier. Alles mitnehmen. Das wird sonst noch später in den Scanraum, wenn hier noch über so viele sind. Einfach nur, weil wir es können. Können. Irgendwann bleiben wir drin stecken und sterben. Aber bis dahin ist es lustig. Sieht abgefahren aus. Hier unten, Multi-Purpose-Raum mit einem Glas-Dome. Das hätte echt was. Hätte ich schon wieder raus nach hinten, ne? Hm. Es ist sehr praktisch, dass hier die ganzen Höhlen nach oben offen sind. Also, dass man jederzeit weg kann. Aber dadurch fühlt es sich auch so an, als wenn da nichts irgendwie wertvolles oder besonderes drin ist. Im Gegensatz zu den Safe-Shellows. Dich. Aber da kann man ja definitiv ertrinken. Das sind ja teilweise Kammer nach Kammer nach Kammer mit irgendwelchen Strömungssystemen und was auch immer. Tief gehst du hier eigentlich. Ja, keine Strahlung mehr hier. Wobei hier sollte eh keine Strahlung sein. In dem Bereich hier war Strahlung. Behalten wir jetzt einfach mal durch. Gehen den Rebreather an und schauen, wann wir eine Warnung bekommen. Also, selbst wenn wir im Osten unterwegs sind, dass wir wissen, wo die ungefähre neue Grenze ist. Ui. Hallo. Membrane Tree. This entity defies neat categorization. It consists of more than one coral species working in tandem to create an insulated microcosm enclosed within a translucent membrane. Found exclusively growing on basalt rock in the Grand Reefs, wo wir anscheinend gerade hingehen, the hemostatic conditions within are considerably warmer and more dense with microbial life than the outside environment. And the bright purple fauna inside will likely die off quickly if exposed. Ja. Es tut mir leid, was ich jetzt tun muss. Oh. Es... Es tut mir leid, was ich jetzt erneut tun muss. Aber das müssen wir unbedingt anbauen. Ja, wir nehmen auch nur... Neue Nachricht kommt rein. Ähm... Irgendetwas. In... In Riley schreit gerade das Wort blau und Abstand. Ähm... Und wir nehmen jetzt mal die reinkommende Radio-Nachricht als... Als Ausrede, da wegzugehen. Da ging es tief runter und es war komisch blau. Warum das komisch blau ist, was Besonderes sein soll, hat er keine Ahnung. Aber, ähm... Er vertraut da mal seinem Instinkt. Das heißt, wir bauen jetzt die Pflanze an, hören das Radio ab und schauen dann weiter. Wir gehen gerade. Ja, Grand Reef. Hm. Also, die Ecke da unten gefällt mir echt. Optisch. Ähm... Das heißt, wenn wir noch eine Basis bauen, da unten klingt nicht schlecht. Wäre weit genug weg von der Basis und wäre ein neues Biom hier. Ein Teil der Crashzone da. Und es ist theoretisch halb auf dem Weg oder mehr als halb auf dem Weg zu dieser ganz tiefen Basis da hinten. Wo wir irgendwann irgendwie hinkommen müssen. 570 Meter. Dich haben wir schon. Ja, dich haben wir schon. Das ist so praktisch mit dem PDA. Also ja. PDA, ich weiß, du hörst zu. Du leistest echt gute Arbeit. Vielen, vielen Dank. Oh oh. Sehr schönes Timing. Aber dafür kann das PDA nichts. Wobei, das PDA ist bestimmt mit allen Maschinen verbunden, oder? Hätte es uns ruhig warnen können, PDA. Wobei, sie warnt uns schon vor zu vielen Sachen. Mit dem Sauerstoff und so weiter. Essen, trinken, das merken wir eigentlich. Aber, naja. Sie meinen es, na gut. Ist ihr Job. Ist okay. Die da kurz ärgern? Ne, wir haben keinen Platz. Wir können den Scanrum auch mal ausstehen, wenn wir nicht gerade am aktiven Suchen sind von dem Limestone. Also, wie, wie machen wir jetzt in der Reihenfolge? Erstmal hätte ich ganz gerne einen Topf. Hatten wir da schon nicht welche aufgebaut? Ne, ich wollte nur welche aufbauen. Ähm, Bau, Outdoor, Pot. Bau, Pot. Und da kommst du jetzt rein und wir hoffen das Beste? Scheinbar. Dann. Willst du euch wegsortieren? Und nebenbei die Nachricht erfahren. Das ist Live-Pod 15. Ich kam dann weit weg von der Crash-Site. Ich sehe, ich bin jetzt okay. Alles funktioniert okay. Und ich habe nicht wie ein paar von den anderen. Aber wenn die Rescue kommt, they're not gonna find me all the way out here. So, can someone come bring me to the ship? 15. Nö. Nö. Das ist viel zu weit weg. Und wahrscheinlich viel zu tief. So, nö. Wo waren wir? Salz wegsortieren. Haben wir inzwischen eine Kristall? Nein. Titan, Kupfer, Silber, Gold, Blei, Uran. Nö, ne. Nö, mach einen neuen hier. Du. Kristall. Und da kommt Salz rein, Glas, Quarz, sowas alles, Diamanten, solange wieder Platz ist. Danach können wir es noch weiter spezifizieren. Gucken wir gar nicht mehr so viel von. Also Quarz definitiv wieder mitnehmen. Backup-Tank ist voll. Essen und trinken. Oh, wir haben keinen Bleach mehr. Wir müssen echt die Jungeste ausräubern. Guck mal her. Ich habe euch gerade gehört. Scannerraum noch ausmachen nicht vergessen. Da. Vier Stück. Gute Ausbeute. Kannst du es gleich noch mal oder musst du erst ein bisschen entspannen? Oh, kannst du noch mal. So, sollte erst mal reichen. Die Korallen könnten dann eher das nächste Problem werden. Also, dass wir keine vorredig haben. Das sind da schon Cape Forest. Das sind diese größeren Dinger. Äh. Die eigentlich überall rumstehen. Da. Guck mal, ein bisschen dran rumschaden. Gut. Sollte für eine Weile reichen. Dann noch einen kleinen Snack unterwegs. Hey, Pieper. Du schmeckst lecker und machst auch Wasser. Nicht so wie der Gary-Fisch und der Boomerang-Fisch. Die sind knorflig und schmecken nicht und überhaupt. Pieper sind toll. Ein Pieper bitte. Und ein Satz Wasser und drei Ersatz. Oh, voll. Ja, ja. kann da rein. Die ganzen Bio-Sachen kommen jetzt gleich nach unten. Das muss dann später in Auseinander gedröselt werden, wo welche Bio-Sachen reinkommen. Ja, ich denke, Riley, nachdem er jetzt so wilde Abenteuer hier drin erlebt hat, ruht sich erst einmal ein wenig aus, sammelt nebenbei ein bisschen Kupfer und andere Ressourcen, die hier in der Nähe sind. Die Farm weiter pflegen, um an Säure ranzukommen und so weiter. Und in ein, zwei Tagen kann er wieder ein bisschen Abenteuer erleben. Und vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit noch was Radiomäßiges rein. Und sonst, wir haben sehr, sehr, sehr viel zu tun. Wir haben zum Wracks anklappern, Mushroom-Gebiet, diese Underwater-Islands theoretisch, das Grand Reef, die ganze Crash-Zone müssen wir uns noch angucken. Ich glaube, hier in dem Cape Forest unten waren wir auch noch nicht drin. Cape Forest da weiter gucken, allgemein gucken, wo so die Grenzen sind von Gebieten, weil meistens kamen sie einigermaßen gut. Also in dem Cape Forest hatten wir jetzt nichts, was wirklich schlimm war bisher. Da sind die Stalker, ja, aber wir wissen, wir können uns in Cape Forest meistens recht gut bewegen und müssen nicht so viel fürchten. Bei den anderen Zonen ist es noch unklar. Also hier sind diese Aale mit dem Elektroblitzen, wobei die recht langsam sind. Da sind aber auch diese Haie. Bei den Haien muss man schon mehr aufpassen als bei den Stalkern. In den Grassy-Plateaus sind ebenfalls die Haie und sonst noch die Piranhas. Also die Bleder, oder wie hießen die? Ja, die sind schon fast mit am nervigsten, aber halt auch nur nervig. Die können ruhig beißen, die tun nicht allzu doll weh. große Gefahr. Große Gefahr wissen wir bisher nur von einer. Die haben wir noch nicht gesehen, aber in der Sprachnachricht von Nummer 4, Nummer 4 ist hier irgendwo, also Pott Nummer 4, das oben an der Oberfläche falsch rum schwebt, wo der Decoy drin war. Der sprach von einem Leviathan-Klasse. Also irgendwo hier in der Crash-Zone ist ein Leviathan-Klasse. Da müssen wir dann aufpassen. Aber jetzt erst ein bisschen Füße hochlegen, Graswände angucken, von den Wellen einlullen lassen und entspannen und warten, dass der Muskelkrater kommt von zwei Tage lang durch so einen Wrack durchspringen, stampfen und was auch immer. Also bis denne.